Das ist Becky! Und wir haben uns gedacht, wir starten in das Konzert mit einer kleinen Bettel zwischen Becky und Herrn Merrat, unserem alten, grauen Herr Merrat. Und er hat in eurem Raum gewonnen, der alte Herr Merrat oder die wunderschöne junge Becky! Locker, locker in die Tasche gesteckt. Das Problem ist, Herr Merrat hat immer Kampfsport und das kriege ich dann nachher heute Abend. Er ist eigentlich der Bruder von Bruce, wie ob er jetzt in dem Spiel ist. Zwölfter, dann wie Carlo. Das war's! ZEF- So. ZEF- So. ZEF- So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020